Dr. Sommer weiß Bescheid, Liebe, Sex und Zärtlichkeit. Egal ob kurz oder lang, jeder weiß jetzt, wie man masturbieren kann. Wär ich vorm Küsten schwanger, denn ich bin zwölf so jung als Mama. Kann ich nen Tampon als Kondom nehmen und mit Pickeln wirklich schwimmen gehen? Was mach ich, wenn es unten kratzt? Knallt es, wenn das Häutchen platzt? Frag mich doch nicht so'n Scheiß, ich kenn da wen, der's besser weiß. Dr. Sommer weiß Bescheid, Liebe, Sex und Zärtlichkeit. Egal ob kurz oder lang, jeder weiß jetzt, wie man masturbieren kann. Bravo! Warum hab ich ne Morgenlatte? Besser tragen Jungs Krawatte? Was passiert bei nem Orgasmus? Wann krieg ich den ersten zum Kuss? Warum schaut er sich Pornos an? Und was heißt eigentlich Nacktenstamm? Frag mich doch nicht so'n Scheiß, ich kenn da wen, der's besser weiß. Frag mich doch nicht so'n Scheiß, ich kenn da wen, der's besser weiß. Dr. Sommer weiß Bescheid, Liebe, Sex und Zärtlichkeit. Egal ob kurz oder lang, jeder weiß jetzt, wie man masturbieren kann. Dr. Sommer weiß Bescheid, Liebe, Sex und Zärtlichkeit. Egal ob kurz oder lang, jeder weiß jetzt, wie man masturbieren kann. Bravo! Wow!